Hallo Leute und Willkommen zurück, ich bin's Wimojan und ja es geht weiter mit Naruto Ultimate Endless Storm 3 Online und ja Wir spielen jetzt mit Sasuke und Nagato und dann so als Support Und ich hoffe, der Gegner wird nicht spammen, weil das ist jetzt wieder einer, der hat einen hohen Rang Und naja, die Erfahrung, die ich hab, ist ja zu 90% oder so, dass es dann irgendwie Spammer sind Also hoffe ich mal, der wird keiner sein Und ich hoffe, er wird jetzt aber auch nicht der Überpol sein, dass ich da gar keine Chance gegen ihn hab Das wär irgendwie auch ein bisschen doof Naja, wird man ja sehen Auf jeden Fall, Hanzo, ja, kann man mit Spam, mit den Ninjutsu Ja, mal gucken Wir wollen hier keine vorliegenden Schlüsse ziehen, ne? So Ja, verbinde mal, fertig, ist gut, so So, leck mich Warum trifft das? So Alter, wieso konnte ich dich nicht angreifen? Hat er abgewehrt, oder was? Als wenn das trifft So, nix da Du hast keine Chance gegen mich Muhahaha So, geht doch Nice So, nein Wow, fuck ey Was war das denn für ein Fail? So, jetzt Ey Lol, leck mich Mein Gott Das hier erstmal ein bisschen failen, ne? Scheiße, das doof ist Ich hab keinen Tauschbalken mehr Ja, jetzt hab ich noch Jetzt hab ich keinen Tauschbalken zumindest mehr Und Das dauert auch, bis sich jetzt wieder einer auflädt Na gut, er hat aber auch keinen mehr Und ich hab zumindest einen wieder So, schön Letzte Sekunde abgewehrt So, nice Alter Das ist scheiße, dass es jetzt so leckt Ich weiß nicht mal wieso Nein, das trifft ganz sicher nicht Nein, das trifft wieder nicht So wirst du das Ninjutsu nicht bei mir treffen Nein Warum? Puh Ah Nein Lol Ja, komm Jetzt hör mal bitte auf zu werfen Das nervt Nein Alter, ich Boah, weil das so leckt Kann ich jetzt nichts gescheites mehr machen hier Ist ja mal voll nervig Ich Ich mach halt Ninjutsu oder Ich sprinte hin oder so Und der macht was ganz anderes Einfach weil es so leckt So, komm Nein Oh, weg mich So Nein Ey Jetzt Weil das Ey, das geht gar nicht Wenn das nicht so lecken würde Dann könnte ich vielleicht mal ein bisschen was machen Ich Hab halt Ninjasprint gemacht Und das hat nicht geklappt Und deswegen Hat Aber Alter Ja, komm Gut Er war jetzt nicht so schlecht Aber ein bisschen scheiße Hat er Ein bisschen Ja, was heißt Scheiße Er hat halt teilweise ein bisschen gespampt Und außerdem hat es schon geleckt Und das Längen war halt jetzt nicht so toll Da hat echt teilweise nichts geklappt Das lag auf jeden Fall teilweise in den Lacks Vielleicht nicht die ganze Zeit Aber Äh, mach ich mal auf jeden Fall Ich hab halt Ninjasprint gemacht oder so Und auf einmal Weil es so geleckt hat Macht der Ninjutsu Oder was weiß ich Macht gar nichts von mir aus auch Äh, naja Ja, egal Ich werde jetzt nochmal gegen ihn kämpfen Aber Ich werde jetzt schon mal Zur Not wieder Ich glaube Kisame nehmen Das finde ich irgendwie am besten bei ihm Mit dem Spam Äh Ja, ich nehme jetzt Kisame Falls er spamt Dass ich dann auch spammen kann Keine Ahnung Wie Kisame mache ich das eigentlich In die Zunächstrunde Aber Falls ich ihn nochmal gegen ihn spiele Und er Spam Gespamt hat Obwohl ich weiß noch nicht Ob ich Wenn er jetzt Spamt und ich gewinne Zumindest werde ich nicht nochmal Glaub ich gegen ihn Zocken Weil ich will jetzt gegen ihn gewinnen Mann Aber ja gut Ich wusste ja von Anfang an Dass er wahrscheinlich Zumindest ein bisschen Spam wird Äh Es ging auch Er hat es jetzt nicht so Übertrieben gemacht Aber Schon ein bisschen zu viel Für meinen Geschmack Aber Naja Passt schon Wird schon Alles irgendwie schief gehen Hoffe ich Ah Jetzt hat er auch noch Ein Balken Okay Ich werde Ganz sicher Nicht noch ein Game Gegen ihn machen Und deswegen Hat es wahrscheinlich Auch so geleckt Und es leckt auch jetzt Das ist Das ist scheiße Wenn das so leckt Ich keine Ahnung Ob es für ihn auch leckt Aber er kann wahrscheinlich Mit den Lecks besser umgehen Weil es bei ihm halt Immer so leckt Da Ey Nein Jetzt kann ich Ich konnte wieder Kaninja Sprint machen Weil es geleckt hat Das ist Das ist scheiße Ja Komm So Einmal das In die Fresse Schade So Schön Hat getroffen Nice So Dann mache ich jetzt auch mal Ultimatives Jutsu Nice Hat sogar noch getroffen Obwohl er getauscht hat Das ist doch schön Ja Ich dachte mir Er macht Ultimatives Jutsu Vermeisten ich auch mal Und Naja Bei mir hat es getroffen Hatte ich dann jetzt Würde ich sagen Mehr oder weniger Glück So Habe ich mal in die Fresse So Le Puh Nein Du lässt das sein So Schön Ja Kisame Ist Kein Schlechter Charakter Aber Naja Wie gesagt Ich habe irgendwie Jetzt keine Lust Noch mal Gegen ihn zu kämpfen Einfach weil es Eigentlich nur weil es Leckt Weil Mit dem Spam Da kann ich bei ihm Zumindest Gegen ankommen Also Ja Bis gleich So Dann bin ich wieder Und Es geht weiter Ja Captain Obvious Schlägt wieder zu So Wen habe ich Gara Nein Oh Das ist Einzelkampf Da habe ich gar nicht Darauf geachtet Weil diesmal bin ich Bei jemanden reingejoint Naja Egal Dann habe ich jetzt Einzelkampf Und Naja Gara Auch wenn ich den Ja gut Ist jetzt auch schon Wieder ein bisschen Länger her Aber Genau Passt schon Das war der einzige Der mit einer Der eigentlich eine Okayer Verbindung hat Und jetzt nicht zu Stark war Ja Ja Wird schon Irgendwie Schief gehen Nein 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 Oh leu Okay Da hatte ich Würde ich sagen Glück Nein Ey Warum wird er Hvorragend Ist zu unfair So Jetzt Lass mich mal Durch ich bin Arzt Nein Ey das Wackt doch gerade Wieder rum Das ist Ey Das ist voll komisch Mann Der macht nicht das Was ich will Ach Komm Der ist aber Wahrscheinlich auch Nicht so schlecht So Leck mich Nein Das ist doch Wieso macht er Keinen Ninja Sprint Ich habe das Hundertprozentig gemacht Dass der Ninja Sprint macht Also hundertprozentig Dreieck Und X Das ist Doch scheiße Mann Nein Diesmal nicht So Leck mich Nein Ich konnte jetzt Nicht mal tauschen Ey Das Spiel Trollt mich doch Wieder So Leck mich Nein Das trifft nicht So So Erstmal das So Und dann Hinsprinten So Leck mich Nein Ich will schon gar Die Sandnummer Sandtsunami machen Mein Gott So Einmal auf die Fresse Danke So Vielleicht trifft das ja auch Naja Oder auch nicht Loy Wie sollte er jetzt Schon wieder vorrangig Nein Nein Hinten Wie ist das Oh Mann Das Spiel Trollt mich doch Schon wieder Ja Doofes Spiel Mann So Und das einmal In die Fresse Jetzt nochmal Sandtsunami machen Ja Was hast du jetzt vor So So Jetzt Traum Gaara Treff doch einfach So Nochmal Sandtsunami So So Nein Oh Mann Natürlich hat er noch Tauschspark mehr als ich Ja Der Kampf war wieder komisch Das Spiel hat mich getrollt Keine Ahnung Ich werde aber glaube ich nochmal gegen machen Wenn er macht Dann ist der Part gefüllt Aber Keine Ahnung Das Spiel mag es auf jeden Fall Mich zu trollen Merke ich Oder ich bin einfach Zu schnell fürs Spiel Das könnte auch sein Weil Also entweder Träubt mich Das Spiel Oder ich drücke einfach Die Tasten zu schnell Drücke dann Einfach dass das Spiel Nicht reagiert Auch wenn das komisch wäre Eigentlich müsste das Schnell genug ergehen können Oder Ich mache das halt so schnell Dass ich dann irgendwie Aus Versehen Eine Taste nicht drücke Oder so Ich habe Keine Ahnung Naja Der Kampf war trotzdem Würde ich sagen Nicht schlecht Ja Jetzt mit Haku Wird schon schief gehen So Ja Gegner muss Karte auswählen Wir würden wahrscheinlich Random machen Oder Oder auch nicht Gut Mir ist eigentlich Die Dingens Egal Die Das Kampf Welt Ja gut Er mit Minato Da habe ich schon mal Keinen Bock drauf Weil er hat schon mit Naruto Er hat zwar nicht so viel mit Naruto Im Erwachen Aber er hat es gemacht Deswegen würde er hier wahrscheinlich Auch machen Und der ist Und bleibt Einfach okay Bei Minato So Nein Du lässt mich in Ruhe Ey da Ich habe kein Chakra mehr So Nein Deil Puhu Ich habe das Tauschen gemacht Nein Das trifft nicht Danke So Jetzt kriegst du erstmal Eine Kombo in die Fresse So Jetzt kann ich erstmal wieder Chakra aufladen Ninjutsu Schade Leck mich Nein What the fuck Nein Ich mache doch Tauschen Spiel Leck mich Spiel Ich hasse dich Ah Nein So Jetzt Lass mich doch mal angreifen Danke Spiel Ey Ich weiß nicht was du gegen mich hasst Ich habe dir nichts getan So Schacke aufladen Nein Ich habe doch Abgeblockt So Das wollte ich nicht Aber es hat geklappt Nein Das war Fail So Und Nein Er hat Puh Mann Ja komm Mach die Kombo Danke Nein 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 Natürlich kann ich nicht abblocken Was heißt abblocken Abblocken Dachte ich mir Dass es nicht klappen wird Deswegen wollte ich tauschen Mein Tauschpark war eine Sekunde zu spät So Ninjutsu Und ich probiere es jetzt einfach Auch wenn es eh nicht treffen wird Ja War klar Egal Es wird schon irgendwie schief gehen So So Jetzt nochmal Schacke aufladen So Ja Komm So Jetzt lass mich nein So Puh Das wird knapp So So Let's Danke Und Ja Ich hab noch ganz knapp gewonnen Obwohl er sogar Ultradius Ninjutsu geschafft hat Ey Puh Das war auf jeden Fall Ein knappes Game Gut Ich hoffe natürlich wie immer Dass der Part euch gefallen hat Und Wenn es jetzt gespeichert hat Sage ich wie immer Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal